Hallo und herzlich Willkommen zu einem weiteren Video hier auf Velikados World. Ich bin EurVelikado und wir spielen Octodad. Ja, und ich habe immer noch die tolle Xbox 360 Fan-Bedienung, den Controller in der Hand und ist leider ein bisschen länger her, als ich hier gelaufen bin. Wir sind jetzt im Supermarkt und wollten eigentlich Zerra... 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 Alter... Cornflakes kaufen. Und ja, und Pizza und so'n Zeug. Dann wollen wir mal... Jetzt gucken wir mal, wie war das beim Drehen? Achso, ich Walter. Ein Tipp Leute. Wenn Ihr mit dem Controller spielen wollt, dann solltet ihr ihn auch anschließen. Leiiiieiiei. Bleib ruhig noch ein bisschen stehen! Ich muss nur noch den Controller in den USB-Dinungen reintun... hat ihn offensichtlich abgemacht keine ahnung warum aber so ich hoffe ich kann jetzt auch mit dem controller spielen weil wenn er den erkannt hat wo ja hand das ist die hand okay ist auch hand das ist ja keine ahnung das bücken oder so das ist fuß links ist rechts das ist links oder ja sieht so aus oder ja der linke fuß und das ist der rechte fuß und damit lenken machen und wenn man nichts drücke nehmen wir die hand und oben ist nehmen okay alles klar dann wollen wir mal mit geschwindigkeit sagt auch ja was das ist eigentlich jetzt an dem ding fest auch gut nehmen wir machen dann wollen wir es am boden wischen ach nee jetzt drauf fuß hoch nicht auch linker fuß hoch und ganz schön drauf ja 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 prima und jetzt können wir fahren kommen hallo leute jetzt sind die visione ach kommen lassen los kommen das macht keinen sinn so besorgen wir uns erst mal eine pizza die soll doch mal eine schöne brille aber die anziehen ich bin cool ich bin der coole optopopo opto daddy und jetzt wollen wir uns eine pizza eine tür ist auf okay ich arbeite nicht hier danke hier arbeitet keiner das ist alles leer cool also wir könnten hier reingehen offenbar das ist der fuß schritt vorgehen noch ein schritt das ist der fuß kommt dann kriegen wir hin okay nicht da bisschen höher so ja super jetzt sind alle lass los bleibt ja bleibt ja mit dem fuß da um so wow ich bin durch okay hier geht es unten durch was ist los hilfe ich will zurück nein nein boah alter ist die pizza gut prima nehmt mir den füßen mit den arm bitte nehmen äh den arm nehmt den arm die blöde pizza jetzt wenn die hat okay gehen wir erstmal raus so und jetzt achso ich drücke den falschen Knopf okay frozen pizza juhu so was kommt als nächstes gett tommys zerren 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 ich wollte jetzt nichts machen tut mir leid hab ich irgendwas gemacht wow das war knapp boah die teilen haben mich nicht gesehen so ein glück ob tut tut ich ich will weg bevor die was weg bis ich zwar schnell weg so oh was läuft da ah Milch okay holen wir mal Milch die braucht keiner Entschuldigung haben wir so schon das ging aber schnell okay gut das ging aber jetzt recht schnell oh minecraft aber hier heißt es mintkraft okay mintcraft okay also können wir jetzt was bauen hier ist ja toll also wir bauen hier ein kleines häuschen einmal hierhin so 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 eine Axt wollte ich schon immer mal haben weg damit die Axt will ich haben die Axt hallo bist du nach die Axt ha geil yeah ich habe eine minecraft Axt yeah maybe for a big party only Gervisons has a soda city okay so ich da was raus holen mal gut mal da hoch ja hey es gibt ja wunderbar bleib oben bleib oben bleib oben bleib oben mal auf jeden Fall hängen wir hier jetzt fest ne 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 warte ne das ist der falsche Fuß der ist gut der muss jetzt in die Richtung so sieht wie sie verkrampft aus ähm ne hier oben genau da prima das machst du ja richtig gut ne alter ja genau ich weiß äh oh oh fuck komm wieder hoch komm Fuß hoch jetzt was machst du da tust du den Fuß bitte in tust du ja super so ist gut und jetzt noch einen Schritt mit dem anderen Fuß komm ja prima und jetzt steppst du den anderen Fuß prima so und jetzt brauchen wir die Axt leider nicht mehr hallo hallo komm mal vorbei nein nein oh ist der runder gefallen na gut dann nochmal da hochkläben so falscher Fuß falscher Fuß ne den hast du ja und ähm hallo andere Seite auch müllenschutz wirst du da hochkommen so prima machst du das prima ne jetzt wieder da unten ich gehst da ja da hoch prima und den anderen Fuß hoch den anderen Fuß nicht da und nicht da runter alter so nur ein Stückchen ja komm da okay prima und jetzt nimmst du den Fuß oh und jetzt nicht den Arm den Fuß da prima ja klar jetzt den anderen hoch hoch bewegt dein Hintern hoch prima komm jetzt den Arm den Arm den Arm äh ne lass das mal los das Ding lass das Ding los mach das ich krieg ein Heulkrampf also nochmal nochmal erstmal ein Fuß da hoch den anderen Fuß auch da hoch jetzt mach jetzt hier keine Mätzchen ja super und jetzt den anderen oh Gott Fuß nicht da hoch sondern da hoch okay also was ist das aha okay kann man auch sowas bringen welches dagegen werfen ne also nochmal wir haben erstmal ein bisschen Schritt ja kommt du schaffst du kommst du schaffst nur noch ein Beinchen hoch hoch du hast das ja Alter haben wir die Mango da haben wir Mango so locate the perfect Apple dann gucken wir mal ob wir den perfekten Apfel finden ich war zu feilig wir müssen aber jemand aufräumen Entschuldigung so hier sieht aus als frisch geputzt frisch geputzt und die Bananen drauf verteilt oder was wer hat die Idee gehabt damit es Bananen frisch riecht oder was okay dann wollen wir mal ein bisschen durch schon mal ganz gut aus gut dass ich beim Schlittschuh fahren aufgepasst habe und jetzt nehmen wir den perfekten Apfel den hast du da drüben so noch ein Stückchen zu den Bären nein nein vorsichtig komm lass mal die Apfel liegen wir brauchen den da der nass das ist out of this world was ich bin ich mag so ich als ich gern fisch verdammten Bananen hier jetzt kann ich wieder normal laufen wo gibt es hier was kostenloses hallo ich habe jetzt so große lust auf Sushi ja super oh mein gott hilfe hilfe lauf weiter komm hau ab oh mein gott schnell weg lauf 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 oh jetzt los nein nein hau ab du ok damit ist octor daddy zum tintenfisch Sushi geworden ok noch mal noch mal probier was so und jetzt lauf und jetzt gleich nicht kleben erläuft 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 sollt darüber sprich oder nein wow ich dachte schon lücke und so super sind wir wieder am frucht äh die rutsche und ups ich wollte obst holen ich denke wir sollten immer wieder raus gehen hier ich finde sie ein wenig unsicher kommst du mit ok ok na gut check out the front ups wir hatten die wagen hier hingestellt hallo 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 achso wir sollen das zeug auch noch bezahlen was wir hier einkaufen naja gut wenn es sein muss wo ist da war wo bezahle ich denn wo ist denn hier die kasse hallo ich will auch mal mitspielen hallo ich will auch mal mitspielen hallo ich will auch mal mitspielen so wo ist der rutscher wagen hallo ich will auch mal rufen hallo nein kein sushi so dann halt nicht prasens fünschen wäre auch nicht schlecht gewesen oh was ist das denn was zu trinken Robo Donuts Robomo Donuts oder nehmen wir mal einen komm mal das mal los ja tatsächlich ach ich nehme noch ein bisschen mehr super noch einen danke ich habe Hunger dann nehme ich schon ein paar mehr super ich heiße es homa simpson komm lass mal los ähm die Donuts soll ich es aber mitnehmen schon na gut dann halt nicht so wo bezahlen wir jetzt die Ware das ist das merkwürdigste kauf aus der Welt hey soll ich denn hier was bezahlen ach hier ist die kasse ok ich muss doch noch selber drüber scannen hey sind wir hier bei Ikea oder was ähm na gut das ist mein Apfel das ist mein Apfel ein das sollst du nicht auch rüberklettern du sollst es nicht selber in die Richtung in die Richtung ich krieg's nicht in die Richtung ah ja ist alles ich krieg's nicht in die Richtung okay dann das Ding ja das Ding haben wir aber schon weg damit brauchen wir nicht mehr so und so jetzt check out äh haben wir die Pizza noch haben wir die Pizza noch also so da wir haben die Pizza noch noch drüber was ist da mhm warum nicht ein schöner Spaziergang tja und damit endet auch diese Woche äh diese Woche diese Folge Octodad hier auf Ikea's World ich hab gehofft äh ich finde die Wörter nicht ich hoffe es hat euch gefallen und wenn es euch gefallen hat dann hinterlasst auch ein Like oder sonst etwas oder ein Kommentar und ansonsten wünsche ich euch auch was bis dahin bye bye euer Filikado